Und heute war eine Runde, was hat's gut? Drei Freispieler. Und heute gibt's mal eine Runde fixet. Schauen wir, was er für uns übrig hat. Hey, Schietz. Jong a youg a youg a youg a youg a Lass sloint Natürlich nicht. Ach gucke, ein anstandsvolles Bild. Hat er ja gerade nochmal die Kurve gekriegt hier. Dann schauen wir mal hier rein. Die gibt's sehr. Ach, kriegen wir sie denn noch? Schwache Leistung. Lange nicht gespielt, machen wir mal ein paar Drehungen. Mal gucken, ob es eine Krone gibt. So muss das aussehen. Oder so ähnlich. Oh, da könnt ihr schon mal langsam wieder vorbeischauen. Da ist er durchgeflitzt. So. Untertitelung. BR 2018 Dann halt nicht. Und mal eine Runde Kolumbus. Oh, nichts geschaltet drinnen. Und heute ist es mal wieder Zeit für eine Runde Chip Runner. Los geht's. Da wollen wir rennen. Am besten oben stehen bleiben. Könnt er ja sich schon mal langsam bewegen. Alter Schwede. Kommt ja nicht Pudelmütze hier. Oh, ist das in Ernst, ey? Nicht mal drei Lumpje Kirschen, ey. Richtig übel. Heftig. Alter. Radchenkerfix, ey. Ohne zu zocken. Und dann holen wir den Klon-Bonus. Mal gucken, ob ein Bonus clean hier. Ja. Das war er noch nicht. Und dann wieder zurück. Dann auf steider. Dann wäre er nicht möglich. Ich habe es geschafft. So, dann drehen wir mal hier noch eine Runde, Sandzauber, los geht's! Einmal kaputt, 42 weg! Lombe! So, in Versuch starten wir noch! So, dann drehen wir noch! Oh, du wirst mal hier! ist so klar okay spielwechsel 4 euro los geht's einmal den flatterkopf bitte wo steckt der denn? sind die verjessen hier? 100 euro schon wieder versenkt ey ja boy Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jawoll, Fiona, krüchen, sauber. Richtig schick. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, aber auch. Da haben wir doch mal wieder alles richtig gemacht. Sehr, sehr schön. So, einmal auszahlen bitte. Dann sind wir durch. Und mal zehn Freispiele. T-Zona. Untertitelung. BR 2018 Echt mies. Wurde ich mal so sagen. Aber gut. Dann gucken wir doch mal hier rein. Keine Falle. Hallo, es ist noch ein paar mehr von die Kräken. Und eine Runde. Und eine Runde. Mystic Dew. Oh, schon ist es verpufft. Und eine Runde. Okay. 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 Ich bin ein Wettbewerb. es klingelt 80 hebt er sie nochmal hebt i forget what hebt 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 und da verpufft sie 2 43 damit können wir leben dann drehen wir mal hier eine Runde 2 Euro Einsatz so 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 so